Adewale Akhenwaye Aghebaye ist ein britischer Schauspieler und Drehbuchautor. Leben Adewale Akhenwaye Aghebaye wurde als Sohn nigerianischer Einwanderer in London geboren, wo er mit seinen vier Schwestern auch aufwuchs. Später studierte er am King's College London Jura und arbeitete als Fotomodell in Mailand, bevor er sich für eine Schauspielkarriere und einen Umzug nach Los Angeles entschied. Adewale spricht neben seiner Muttersprache Yoruba noch Englisch, Italienisch und Swahili. Er ist praktizierender Buddhist und ein gefragter Filmschauspieler. Erste Filmerfahrungen sammelte er als Nebendarsteller in Fernsehserien wie Red Shoe Diaries, New York Undercover und Cracker, bevor er 1995 sein Filmdebüt in Kongo hatte. Seinen Durchbruch hatte er 1997 mit der HBO-Serie OZ Hölle hinter Gittern. Von 2005 bis 2007 spielte er in der Serie Lost eine Hauptrolle. 2016 wird er die Rolle der Comic-Figur Killer Croc im Film Suicide Squad übernehmen. Filmografie 1995 1995 Kongo 1995 Ace Ventura Jetzt wird's wild 1997 20.000 Meilen unter dem Meer 1997 bis 2000 OZ Hölle hinter Gittern 1999 der Legionär 2001 die Mumie kehrt zurück 2002 die Born-Identität 2004 Unstoppable 2005 bis 2007 Lost 2005 die Hüterin der Gewürze 2005 Gettrich Ordi Trailen 2009 G.I. Joe Geheimauftrag Cobra 2009 Monk 2010 Fasta 2011 Killer Elite 2011 Wetting 2012 Hunted 2013 Shootout Keine Gnade 2013 Tor The Dark Kingdom 2013 Mr. und Pete Gegen den Rest der Welt 2014 Pompeii 2015 Game of Thrones 2015 American Odyssey 2015 Trumbo 2015 Erschütternde Wahrheit 13 disponibilacy 2005 2015 הי buried 2009 Euro 2014 Chi 2020 Visition 2015 2015 2015 britrK